Hey Leute Willkommen Zurück Zur Nächsten Folge von UnEpic, Werden wir Schön Stehen Hier Ich werde Jetzt Erst einmal die Rüstung skillen, habe damit die Stufe 7 der Rüstung erreicht und werde jetzt mein Kettnabt anlegen mit 40 Defense mehr Da ist es, guck's dir an das sexy Ding Vielleicht hätten wir doch erstmal in die Stadt laufen sollen, verkaufen? Nee ist unwichtig Hätten wir beim letzten Partner machen sollen, irgendwie aber egal Ja ist unwichtig, seid ihr noch ganz kurz? Ja ich hab noch genug Platz im Inventar, das sollte passen Ich auch, aber es sieht halt unsortiert aus, sehr unsortiert Ist doch egal Ich habe sogar einen legendären Stab, aber den werde ich nicht verkaufen denke ich Will ich irgendwann irgendwann später benutzen Du meinst diesen... Ge-Geliter Ja genau, den habe ich auch Weiß die Olle Warum habe ich eigentlich erst so Schlüssel zur Stadt, habe ich natürlich Ich weiß nicht, dieses Skelettkostüm, hast du das immer noch? Also... Das liegt ja in meiner Wohnung rum Achso ok, das werde ich dann auch erstmal ablegen Aber ich glaube wir brauchen hier dann wohl die Schlüssel zu den Katakomben Das hoffe ich mal Links oder rechts? Links geht es nicht weiter, wir müssen nach rechts Sicher? Ja, ich habe vorhin nachgeguckt Achso Leute, das ist ne Wand Hahaha Ich hätte dich sowas von umgebracht Oh Wenn Du den... Hör auf meine Pfeile zu glauben Ja das war ein Reflex Und meine blauen Essenzen Das sind nicht deine Das ist ja cool, dass du die kaputt machen kannst Also ich auch aber Oh ne, oder? Ok, doch kann man anvisieren Ich habe dich anvisiert Tatsache, die bleiben sogar ohne Witz Nein, ich lasse mir keine Ringe klauen Ok, die lässt sich nicht beklauen Deluxe Erfahrungen sammeln wir Ja Vielleicht geben die mir mein Level ab, das ich brauche Die klauen nicht Das sind keine Raben Das sind einfach nur Krähen Na gut Oh, aber dafür Essenzen zu verschwenden ist ja auch mega heftig Heftig Ja Ich werde dich einfach mit meinem Schwärper arbeiten Kommt her Ey Wenn ich dir was übrig lasse Ey Die fliegen die ganze Zeit in Ich... Ich will die ganze Zeit schon diese eine Krähe da hinten kriegen Was machst denn du schon wieder für'n Blödsinn Ach komm jetzt her, du Scheißvieh Danke Scheiße Manchmal trifft er Kannst du mal aufhören das Skelett zu verarschen? Kann ich nicht So macht man das Lass mich mal am Arsch lecken, Alter So erstmal Rüstungsskilln jetzt hier Streitgeulen, Stangenwaffen, Bögen, Konstitution und Rüstung, so Heilung könnte ich auch noch zweimal upgrade, aber dann hätte ich keine Punkte mehr Das sind wir jetzt hier erstmal auf die nächsten Level behalten Ist das die falsche Rüstung? Ja, was? Das war die genietete Hihihi Da hoff ich mich anzuspannen hier Achso Scheiße, das geht auf die Gräber Ne doch nicht, hey Da war ein Skelett das rausgekommen ist Ein Skelettroni? Ja Beine Na gut Ich brauch dich hier in dem Level gar nicht, merkst du was? Merk schon, hier passiert anscheinend auch nicht allzu viel Du musst mich an meinem Bossgegner brauchen, das kann ich jetzt schon sagen Meinst du? Außer wenn es ein Fire Elementar ist, das ist ein bisschen ungünstiger wahrscheinlich Ja Und grün Essenzen sehr schön Aber du brauchst dich zum heilen So, das kannst du eigentlich weg Eigentlich schon, ja Aber man braucht ein bisschen Gold, weißt du? Ich hab gerade mal 406, ist ja geniecht ist das Ich hab fast 800 Au Da komm ich daneben, wenn seid ihr, oh fuck Ups Ich geh drauf Ich merk schon Ich wollte das Skelett schlagen und hab den scheiß Grabstein erwischt und dann kam ein zweites Skelett raus Doof, ne? Ist richtig doof Boah wie krass wie man sich einfach gegen heilen kann Ist das nicht toll? Ja Wenn man es könnte Wär das cool Nach Skelett, wie schmeckt denn deine eigene Medizin, du Bastard? Okay, ist tot Ob der Feuerball-Duell gemacht? Ja Oh, ist das weit Ah ja, ich kann ja meine Schwert-Skills benutzen Alter, durch wieviel Maps hier schon gelatscht sind jetzt Achso, oder? Oh, drei kleine Saphira, schön Und alles voll nur mit Gräbern Oh, Mensch, die du am schlägst, ist komischerweise nie mit Skeletten befüllt Natürlich Soll man das was sagen? Nein, das soll dir sagen, dass ich einfach die Skelette schnell genug umbreze. Oh, nö. Hier, da ist eine Schlange dahinter. Vorsicht. Wie die Zunge da rauskommt. Das ist so tricky. Schwerer Sperr. So, warte, ich muss mal kurz den Sperr angucken, wenn ich ihn finde. Wo ist er, wo ist er? Es ist Experten, 82 Schaden. Nö. 82 Schaden. Oh, Mann. Ich hole mal kurz mal wo. Oh, Leute, sind wir so schnell tot. Ach, dieses Scheiß-Skelett. Ach, das ist eine coole App, finde ich. Gefällt mir. Ne, mir irgendwie nicht so. Weil es ein bisschen nervig ist, aber. Weil wenn du stirbst, ne, musst du den ganzen Scheiß-Weg nochmal rennen. Ich hab halt nichts. Sagst du so einfach. Sagst du einfach, weil ich bisher noch nicht gestorben bin. Ja, weil ich, äh... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Mann. Muss ich mal um die kleinen Skelette kümmern. Aua, ich bin... Komm mal zurück, komm mal zurück. Ich versuch's. Bin da. Dankeschön. So, ich hab hier auch nichts cooles gegen Magie. Nein, du musst mal... Hör mal auf die Grabstelle anzugreifen, Alter. Was die Scheiß-Skelette dahinten kaputt machen? Das war ein Reflex. Ja, ja. Alter, die lebt bei Kroh so krass bei mir rum. Wow. Ich weiß nicht, welchen Feuerbälle ich ausweichen muss. Hör auf damit. Ach, scheiße. Das waren mir gerade zu viele Feuerbälle für mein Gehirn. Ja, mir auch, Alter. Ich jumpe und die Feuerbälle sind auf einmal unter mir, wenn ich runterkomme. Ja, und ich bin direkt in den einen reingesprungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Maps muss ich jetzt entlanglaufen. Geil. Ey, das ist too late. Ohne Scheiß. Die könnten da echt mal ruhig zwischendrin mal einen Speicherpunkt einbauen können, oder? Finde ich auch so. Ich klemme gleich irgendwas in die Laufentaste rein. Ab und zu lassen sich die Skelette unterbrechen, aber sehr selten. Ja, irgendwie schon, ne? Sehr, sehr selten. Ähm. Ja? Hast du zufälligerweise mal Lust, ein bisschen zurückzukommen? Hast du das gefunden? Ja. Schauen wir gleich, ich habe noch ein Skelette hier gefunden. Okay. Oder gibt es da hinten noch irgendwas? Ähm, warte, ich gucke ganz kurz eine Mbapp weiter, ganz kurz, weiter. Ja, geht noch weiter. Wollen wir erstmal hier oben ablaufen? Ja, ich komme eine Mbapp zurück, warte. Ja gut, jetzt bin ich eh schon fast bei dir. Okay, dann können wir auch weiterlaufen, oder? Erstmal. Du weißt ja nicht, wo du was gefunden hast, aber egal, wir laufen weiter. Da ist der nächste Eingang. Tada! Mies! Was war bei dem anderen gewesen? Nö. Warum nö? Was war bei dem anderen gewesen? Auch sowas. Aber da ging noch eine Treppe nach unten. Ja, lass mal da lang gehen, vielleicht sind da Sackophage, weißt du? Na ja, serio? Wollen wir nicht sehr lange latschen müssen. Das wäre natürlich auch cool. Ich finde die Kürbislaternen so geil. Wieso hole ich dich ein? Weil ich springe. Ist man dann langsamer? Ja. Tatsache. Und? Noch nicht? Geht noch eine runter? Da liegen noch rote Sons für dich, ich nehme sie mal mit. Jo, geht noch weiter runter. Ernsthaft? Wahrscheinlich ist der Eingang zu den Katakomben. Nichts! Ernsthaft? Was für ein miese Verarsche. Nö, ist Tatsache nix. Ist das dreist. Echtig dreist. Holy shit. Habe ich mich so auf die Särge gefreut. Ja, ich auch. Ich habe mich voll gefreut, eben was cooles gefunden zu haben, ne? Ne, du doch nicht. Natürlich. Na gut, dann werden wir das rote gleich mal triggern bei dem anderen. Jo, ist eine gute Idee. Wahrscheinlich kommt dann die Beschwerde, was der Scheiß soll. Ja. Gut! Jo, da liegt noch ein Pfeil. Ja, für dich. Schlieger gelassen. Zehn sogar? Oh mein Gott, sogar zehn! Ich versuche den Boden nachfallen, du findest nichts. An den Wänden? Okay. War ja klar, dass ich wieder der bin, der nichts findet. Ich würde mir das echt gerne durchlesen, hätte ich Zeit. Oder hätte ich Bock. Ja. Okay, rechts und links. Oh, geht's ja, Alter. Holy shit. Hier geht's auch noch mit Leiter nach oben. Ich weiß, und hier geht's auch noch nach links. Wahrscheinlich geht's auch noch nach rechts, oder? Nö. Geh mal das mal da lang. Wie du magst. Ah! Ja, toll, wie kommen wir da wieder raus? Ich bin schon... Ja, das ist total dumm, wie das die lädt. Bei mir bist du runtergesprungen. Wow! Help me! Ist ja gut, dann komme ich halt auch runter. Ja, warum kommst du denn nicht, Alter? What the fuck? Guckst du, wie ich sterbe? Ja, natürlich. Ich brauche eine andere Waffe gegen die. Au! Was? Oh, jetzt muss ich den anderen auch noch aufmachen. Achtung. Da kommt was. Warum geht der jetzt auf mich los? Ah, okay. Da hat er keine Säge für uns. Ah, doch, da vielleicht. Hm. Oh, ne. Lass mal vielleicht erst mal ganz links lang den nochmal, wo wir am Anfang waren. Vielleicht sind da ja Säge für uns. Das wäre natürlich mega cool. Ich habe mich schon gefreut. Das wäre ein Säge für uns. Dann habe ich gesehen, dass die Leiter ein bisschen kurz ist. Deswegen bin ich nicht runtergekommen. Vielleicht, vielleicht. Wäre halt auch mal interessant, wo es denn jetzt wirklich weitergeht und wo nicht. Nicht, dass wir jetzt weiterlaufen und. Ja, das heißt, oh Gott, oh Gott, nee, oder? Kampfstreit, Kaul. Ja, dafür ist der andere Feuerzauber halt ziemlich geil, ne? Dafür sind nochmal normale Waffen ganz gut. Du mit deinem süßen Schaden da. Wo sind die Scheiß-Säge, Mann? Was soll das? Will ich schon wieder hier unten in irgendeiner Scheiß-Skelett-Fabrik verbringen? Ne, habe ich auch nicht so Bock drauf. Ah. Aha. Ich hätte es gelacht, wenn da wieder so ein Ding rausgekommen wäre. Ich hätte gelacht, wenn es nur einer wäre. Ja, gut. Okay, lass mal das nach links oben. Guck mal, guck dir mal die Karte an. Warte, fuck ey, wir laufen mit dem ganzen Ding nochmal durch. Ja, ich weiß. Nein. Geh nach oben. Okay. Ach du Kacke. Ich habe überlebt. Toll, schön für dich. Na, bist du nicht weit weg. Hi. Hi. Ich würde sagen, die haben uns ganz schön vergewaltigt. Kannst du mal warten? Na klar. Fick dich. Alter, bist du lucky, ey. Guck dir mal meine Leben an. Ich hatte drei Leben, wenn du 90 heilst. Hatte ich vorhin auch. Ja, jetzt habe ich mich geheilt. So. Ich denke da nicht dran. Dass ich da bleiben muss, wenn du mich heilst. Oh nein. Ach doch. Nein. Oh Gott. Alter, wie viel halten die denn auf einmal aus? Die habe ich vorhin mit zwei Schlägen geplättet. Nein. Hör auf, die armen Skelette zu verarschen. Hör auf, die sind so dumm. Klappt es bei dir? Okay, reicht. Ah, die haben echt gut rein, ey. In letzter Zeit. Ey, die haben auch ordentlich viel Leben. Ja, renn weg. Lass mich nur wieder verknoppen. Ist klar. Reicht doch, wenn ich die unterstütze, oder nicht? Nein. Machst aber krass, ey. Mach du Kacke. Viel mehr, ja. Oh Mann. Solltest du mit deinem Schwert da weggehen? Ach nö, ist ganz okay. Zum Glück sind hier sehr geil. Aber das sieht auf jeden Fall so aus, als würde es hier weitergehen. Nö, heißt nicht. Kann auch sein, dass hier der Schlüssel ist, oder so. Der blaue, rote, wie auch immer. Wer weiß. Hinter dir. Du weißt. Ich mag mein Schwert, auch wenn es kaum Schaden macht. Warum greift doch bitte mich an, willst du mich verarscht, oder was? Geil. Geil, ne? Der war auf einmal in mir gestanden, und ich konnte den Wichser nicht mehr treffen. Ich habe noch 53 Heilungen, ja. Der geht noch weg. Die gehen richtig krass weg. Vor allem, wie sie heilen so wenig. Weil es nur so eine kleine Heilung ist, glaube ich. Es gibt, glaube ich, im Spiel dann eine größere Heilung. Er kostet die auch ein bisschen mehr. Da? Da? Schade. Nichts ist da schade. Na klar, zünd ruhig die Kerze an. Kein Problem. Ja, ich wollte ja Zeit zum Zaubern lassen. Ja, ja, ja. Oh, die sind einfach. Der runter? Ah ja. Alter, wie viel Erfahrung geben die denn? Vier. Das ist nicht viel. Hä? Vier, oder nicht? Hey, ich habe gerade 120 von denen gekriegt. Wow, Katsache. Fuck you! Ich bin ein kleiner Wichser. Bleib mal da unten. Na gut. Oh Gott. Nein! 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 Bleib da! Bleib da! Bleib da! Alter. Das ist mega laggy. Holy shit. Das ist nicht gut. Lass dich ein bisschen doof spielen und immer. Ja, das glaube ich. Egal, egal. Wir sind ja hier in der Nähe gewesen. Überhaupt kein Thema. Hm. Ja, ich brauche wirklich so einen Regenerationszauber. Wir sind einfach viel cooler. Ja. Über Zeit regenerieren ist einfach viel entspannter, weil du nichts machen musst. Finde ich auch. Sparscht du mich gerade? Nein. Wieso? Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, ein Boss. Aber ein Boss müsste ja die Dings dabei sein. Ja. Google. Weil die kann immer noch spawnen. Die kann jetzt spawnen, ja. Aber das ist ein Checkpoint. Achso, nur weil ihr keine Kristallkugel seht, blablabla. Hier war sowieso ein Checkpoint, also mach mal, ja. Mach mal hier. Unter uns, guck mal. Unter dir. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Hau mal die Wand an. Hab ich doch schon. Ich geh. Wo gehst denn du hin? Lass mal ganz kurz. Oh mein Gott. Oh Mann. Du wartest auf mich. Und leechst nicht schon wieder die Erfahrung hier. Ja, und das sind unsichtbare Gegner. Ja. Meine Waffe macht echt keinen Schaden, ne. Krieg ich auch ne Heilung? Achso. Sag doch was. Vielen Dank. Warum, warum er bei dir so viel heilt, verstehe ich gar nicht. Weiß nicht. Oh mein Gott. Spar dir die Heilung das nächste Mal. Bam. Oh verdammt, ich hab mich selber gebrutzelt. Nein. Nein. Hier. Ja. Wir brauchen die göttliche Gunst. Nee, hier. Fähigkeiten, unsichtbare. Warte mal ganz kurz. Hast du was? Ich trank dir Geschwindigkeit nur. Nee, nee. Ich guck auch meine Tränke gerade durch hier. Ist nichts. Ich hab auch nichts. Schade. Oh nein. Warum halten die denn auf einmal so viel aus? Weiß ich auch nicht. So. Oh Mann, oh Mann, ist das ätzend. Ich fress mal den Käse schnell. Ja, halt nicht so viel. Nee, nicht so ganz. Dann sind aber doch so viele, ja. Ja, natürlich. Leut. Wer ist denn, Alter? Mach das Skelett nicht böse. Das musst du ja mal hinkriegen. Gerade so. Was? Nichts. Ich trau mich nicht. Ja, zu Recht. Fick dich doch einfach. Wir sind zu viel kämpfen, Mann. Sie laufen gut, sie laufen gut. Sie laufen wunderbar. Ich hoffe dir, oh mein Gott. Was macht dieser scheiß unsichtbare Gegner am Spawn? Weiß es nicht. Warte, warte, warte. Nicht, 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 nicht. Mach nichts. Das sind, glaube ich, zwei bei dir, oder? Nee, doch, nicht so einer. Nö. Alter, wie viel Leben hat er denn noch gehabt? Was ist denn los mit denen? BAM! 27 Schaden, mein Bogen ist ja sowas von unnütz. Okay, lass uns mal gleich noch eine Pause machen. Ja. Kurze Pause, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Anlebeck, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt schön dastehen. Bis dann. Ciao. Bleibt bestehen. Tschüss.